Nichts geschieht durch Zufall. Jede Handlung, jede Geste, jede Situation, egal wie unwahrscheinlich sie auch sein mag, ist nicht das Ergebnis eines Zufalls. Jemand könnte denken, dass man durch Werfen eines Steins in einen Teich eine Kröte zufällig treffen oder töten könnte. Aber es wäre kein Zufall. Alle Worte, die du hörst, die Dinge, die du siehst oder die Steine, die auf deinem Kopf fallen, kommen wegen dir zu dir. Sie sind alle Signale für das, was vor dir liegt. In der Natur geschieht nichts zufällig und alles dient mit ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung. Aus der Vorlesung 6183 des koreanischen spirituellen Meisters Chiongong.